Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal zusammen mit Roblox VictorPetzemlaterX und wir öffnen einfach mal die neuen genervten 525.000er Cust-Eggs und wir bekommen nicht wirklich gute Sachen daraus. Aber Leute, bevor das Video startet, lasst ein Like und ein Abo da, weil nur 25% meiner Zuschauer meinen Kanal abonniert. Ich bin ready with Spaghetti. Okay, dann let's go. Auf drei, okay? Bist du ready? Okay, eins, drei, let's go. Ich hab sogar noch schneller angefangen. Ja, hat doch wie die Faust aufs Auge gepasst. Wieso heißt es eigentlich auf die Faust aufs Auge? Die Faust aufs Auge. Weißt du, ich hab ne Faust und die kommt auf dein Auge. Aber wieso heißt es dann wie die Faust aufs Auge? Weil es gut passt. Wo willst du sonst mit deiner Faust hinschlagen? Ja, 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 ja. Ja, auf den Tisch? Ja, okay, das ist auch verständlich. Ja, ja, ja. Aber ich merk jetzt schon, das Eck ist so viel schlechter, ne? Das ist so viel schlechter. Und nicht nur bei den Mythicals, aber bei den Legendaries. Warum hast du das nochmal vorgeschlagen? Äh, Experiment. Nein, weil du faul bist. Wie faul? Du bist ne faule Sau. Sollen wir vielleicht nicht doch Legendaries dazu zählen lassen? Ja, würden wir doch machen, oder nicht? Würden wir? Okay, dann mach ich das. Ja. Ja, ja, ja. Gut, weil ich hab das gerade nicht gemacht. Aber das Generve-Deck ist ja immer mega schlecht, Digga. Wir haben jetzt schon 50 Ex geöffnet und nicht mal ein Legendary. Okay, jetzt hab ich ein Legendary bekommen. Und ich seh grad, ich hab meine Dings da umgestellt. Du hattest schon zwei Legendaries, aber okay. Ich hatte zwei? Ja, du hattest am Anfang eins. Und jetzt hast du zwei. Echt? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich hab noch eins. Das ist sehr gut. Warte Sache, ich hab wirklich zwei. Ne, warte. Doch, ich hab zwei und du hast drei. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gar nicht mitbekommen. Gar nicht mitbekommen. Mein erstes Eck war einfach ein Legendary und ich merk's nicht. Ja, passiert. Oh, ein goldenes Legendary. Sehr schön. Das nehm ich gerne mit. Nice. Dieses Mal bringen wir nicht sogar was. Das Eck ist ja mal mega schlecht, ne? Das Eck ist ja mal mega schlecht. Das 525k-Eck. Jetzt öffnet mehr Ecks, die schlechter sind in der Summe. Also, Digga, Leute, nehmt mein Rat bitte an. Öffnet einfach das 666k-Eck. Wir haben jetzt schon fast 100 Ecks geöffnet. Ja, wir haben schon 100 Ecks geöffnet und ich krieg irgendwie nichts. Jetzt hab ich einen weiteren Grim Reaper bekommen, das sind jetzt drei Legends, die ich gezogen habe. Aus 100 Ecks. Das drei bisher ist? Wie lange ein Grim Reaper? Vier. Ja, vier. Okay, ich bin im Ding Vorsprung, voraus. Du weißt, was ich mein. Ja, du hast einen Köpper in den Sand gemacht. Du hast einen Köpper in den Sand gemacht. Ja, ja. Selber Köpper in den Sand gemacht. Ich hab eine Faust aufs Auge gemacht. Du hast die Faust aufs Auge bekommen. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ich hab einen Legendary, komm schon. Ach, schade. Fünf Legendary ist jetzt. Och, man. Och, man. Ich hab auch fünf Normale gezogen. Och, man. Passiert. Du kannst halt nicht immer gewinnen. Das ist leider so, Victor. Kann ich nicht anscheinend. Du hast auch gestern verloren. Du hast dann auch freiwillig aufgegeben. Ich hätte gestern verloren. Ich bitte nicht. Ich hab nicht gestern verloren. Ich hätte gestern verloren. Du hast dann auch aufgegeben, weil du gemerkt hast, dass du verloren hast. Und jetzt heute wiederholen wir das Ganze einfach nochmal. Und ich werde dich wieder genauso zerstören wie gestern. Wie gestern. Du hast deine Streams und dein Content, Roblox. Das ist selber Roblox. Ich mag es halt auch nur deine Videos. Nein. Roblox. Wieso tust du mir das an? Du bist Roblox. Du bist Roblox. Nee. Also wie geht's deinem Score eigentlich so gerade? Äh, ich hab fünf. Okay, ich hab 16. Was? Ja. Ich zieh ein bisschen besser als du anscheinend. Äh, wieder ein Legendary. Woo. Woo. Sechs jetzt. Woo. Cool. Woo. Oh mein Gott, Akiro God hat eine Legendary Technocad. Das ist tatsächlich selten. Ha, Technocad. Was ist denn das? Was ist das? Noch nie gehört. So schlecht. Wann ist das? 1999? Noch vor dem Krieg. Ja? 1999 vor dem Krieg. Einmal Einstein. Ja, vor dem Gaza-Krieg. Ja, ja, ja. Oh, wieder ein Legendary. Und ich hab jetzt sieben, glaub ich, oder hatte ich... Stimmt, ich hab auch eins gezogen. Und jetzt nochmal. Sieben, sieben, sieben. Perfekt. Ich hab nicht mitgezählt. Aber ich hab tatsächlich was gezogen. Nee, wir haben bis jetzt kein Mythical gezogen. Nach fünf Minuten. Ich fühl mich wirklich gescammt. Was? Du hast noch nicht genommen ein Mythical? Ich fühl mich wirklich gescammt von dem Weg. Hast du gehört, Mythical? Ja, eins. Echt? Ja. Digga, du hast ein richtiger Scam. Nach fünf Minuten, ich hab davor auch bei dem 666.000er-Eck, glaub ich, fünf Minuten lang nichts bekommen. Ja, da hast du Unglück. So, ich hab jetzt über uns acht. Nein, nein, er holt auf. Der darf nicht aufholen. Noch ein Legendary, ja, Mann. Mann. Zehn. Warum holt er auf? Er darf das nicht. Aufholen ist wichtig und richtig. Das ist nicht gut. Du hast schon fast die Hälfte von mir. Aber wirklich, dieses 525-Eck ist ja mal mega, der Müll. Das ist gar nicht so gut. Ich glaub, zu über 200 Ecks geöffnet ist, ja? Und wir haben nur nichts bekommen. Wir haben nichts bekommen. Legit nichts. Ich hab fast 300 Ecks schon geöffnet, ne? Und einen Mythical. So ein Müll. Ich bin ein Besseres gewohnt. Gib mir ein Besseres. Ja, ich auch. Also, dieses Generv-Deck ist ja mal mega, der Müll, der ja. Was soll ich sagen? Ja, ja, ja. Ah, danke, Roblox. Also, wirklich, Leute. Bitte nehmt meinen Tipp an. Nehmt meinen Tipp an, Leute. Macht niemals dieses 525-Kalik auf. Ich hab das bei Russell Talks gesehen. Und da sah es schon schlimm aus. Aber was ich grad, was uns grad wieder erfährt, ist noch schlimmer. Das hier ist nur ein Experiment. Wir sind trainierte Profis. Niemals nachmachen. Ja, genau. Niemals nachmachen, Leute. Niemals nachmachen. Äh, Nachahmung auf eigene Gefahr. Gefährdung auf eigene Gefahr. Gefährdung auf eigene Gefahr. Hm? Ah, danke. Okay, ich hab einen weiteren Green Beeper. Das sind jetzt 11, glaub ich. Nein, nicht schon wieder. Der darf das nicht. Nicht schon wieder. Warum darf er das? Weißt du, der Verlierer des Openings. Der Verlierer des Openings, Roblox, der, äh, muss im Real-Life-Squid-Game mitmachen. Von MrBeast? Ich wär dabei. Ich auch. Weißt du, wie viel Geld ich da bekommen könnte? Ich glaub, 100.000? Ich weiß es nicht. Ich schätze mindestens eine Million. Hey, MrBeast macht doch nicht mehr 100.000, äh. Das ist so, das ist so lächerlich, dieses Eck, ne? Das Eck ist wirklich so verdammt lächerlich. Ich hab immer noch kein Mythical. Nach über 300, fast 400, ich glaub sogar 400 Ecks. Nach 400 Ecks wahrscheinlich hab ich immer noch kein Mythical. Das Eck ist so lächerlich geworden. Ja, weißt du, das ist ein Legendary. Ja, Mann. 12 Legendary. 12 Legendary gezogen und alle normal. Ist doch gut. Ja, ja, ja. Das sind so wenige Legendaries. Können wir, wenn wir das in den Tafel haben, auf einen neuen Server wechseln? Auf einen guten Server. Ja. Wenn wir das in den Tafel haben, safe, Digga, safe. Es ist so schlimm, ne? Ich dachte schon, es wird schlimm, aber doch nicht so schlimm. Wir hatchen jetzt seit 10 Minuten, ne? Und ich hab immer noch kein Mythical. Passieren. Selbst auf dem Server, wo ich dachte, dass er absolut kaputt ist und absolut broken ist, hatte ich mehr Mythicals gehatcht als hier. Ah, ich glaub, meine Notar ist voll. Oder, hä? Nein, jetzt geht's wieder. Es hat einfach nur für 5 Sekunden nicht gehatcht. Das ist manchmal wirklich so, ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, das ist dein Internet, was so schlecht ist. Das ist dein Internet, was so schlecht ist. Stimmt gar nicht. So ist ja das Problem, nicht ich. Stimmt, das ist eine Lüge. Bei mir läuft das ja einwandfrei. Markellos. Was hab ich mitbekommen? Bald soll, äh, bald möchte Roblox, bald möchte ja Roblox ein paar Server in Südamerika aufstellen. Hab ich nicht mitbekommen. Ey, 13. Juckt mich auch nicht. Mein Gott, Roblox, mach was du willst. Gib mir endlich Voice Chat. Ey, 15. 15. Ich hab 2 in einem Match bekommen. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, Roblox hat gar keine Server. In Brasilien, was weiß ich, in Südamerika oder so, 16. Aber, das ist ein großes Problem, Digga, dass sie das nicht haben. Weil ich kann kein Roblox-Spiel spielen, ohne zu laggen. Weil ich einfach durchgehend ein 200er Ping habe. Egal, auf welchem Server ich spiele. Weil alle Server entweder in US oder in Europa sind. Ja, ist doch gut. Aber. Ich unterstütze das. Aber. Ich möchte bis Mitte 2022 ein paar Server in Südamerika und dann Brasilien raufstellen. Mitte 2022, bis dahin sind wir tot. Das ist ein Jahr. Gefühlt ein halbes. Wie irrelevant wir in einem Jahr sein werden. Wahrscheinlich noch mehr als jetzt. Nö. Okay, dann hab ich eine Du. Das sag ich nur. Ich hab jetzt einen Legendary gezogen. Ghoul Hors, endlich. Ja, endlich. Endlich. Mann. Warum darfst du? Ich war da noch nie so überzeugt, einen Ghoul Hors zu ziehen, ne? 19. 19? Hä, du holst ja wirklich auf. Ja. Komm mal auf. Wie viel hast du denn? 29. Ja, 10. Ich werd das niemals einholen. Ich mein, jetzt, ich hab bestimmt noch 100 oder 200, äh, Platz im Inventar. Das werd ich niemals aufholen. Ich habe, ja, knapp 100 wahrscheinlich noch. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Zwei. Sehr schön. Ja, ja, ja. Hast du gehört? Ich werde gewinnen. Und du nicht. Loser. Nee, wirst du nicht. Oh, wieder was bekommen. Loser. Loser. 20. Ey, irgendwie ist das aber schon ein Armutszeugnis. Wir haben gerade so 700 Millionen oder so gehadget und zwei bekommen. Keine Ahnung, ey, also, was soll ich sagen? Wir haben wirklich... Das ist gar nicht viel. Ich glaub, wir haben wirklich jetzt mittlerweile 1000 Xs gehadget und wir haben zwei Mythicals bekommen. No, passiert. Das ist so geil. Das ist so lächerlich eigentlich. Es ist so eine Frechheit eigentlich. Ja, Preston, du bist eine Frechheit. Ja. Ey, wieder was bekommen. 21. Wie viel Coins hast du überhaupt? Äh, noch eine Milliarde. Achso. Ja, okay. Nicht, dass sie noch ausgehen irgendwann. Naja, aber den Baupending nicht. Oh mein Gott, noch ein Reaper. Yeah. Und meine Natal ist voll. Echt? Meins ist auch bald voll, glaub ich. Ich kann noch ein einzelnes aufmachen. Immer nachschauen. Und nichts. Ich hab noch 100 Plätze voll, äh, leer in meinem Inventar. Seh ich gar nicht. Wie viel Platz hast du denn am Anfang in deinem Inventar? 180 oder so. Ja, gut, okay. Ich werd, äh, nice. Wär jetzt 22. Ich werd dann 80 Slots, bevor mein Inventar voll wird, äh, aufhören zu hatchen. Das heißt, bei 880. Noch 30 extra. Gut. So, ich mach schon mal Gold hier. Ja, ja, ja. Ich glaub, du hast mich haushoch geschlagen, Roblox. Natürlich hab ich dich haushoch geschlagen. Ich habe nur 19 normale Legendaries gezogen. Und ein Mythical im Normal. Warte, du hast keine Goldene oder so gezogen? Nein. Also, ja doch, nein. Ich hab aber in einem Hedge, in einem Triple Hedge, zwei normale gezogen. Ich hab so viele Goldene und Rainbow gezogen. Weitere Krimi. Zwei Rainbow. Nice. So, und ich bin fertig. Und die Ausbeute ist wirklich mager. Ja. Und wenn wir wirklich in mein Inventar gehen, ich hab nicht mal viele Werwölfe in Epic, äh, in Rainbow, mein ich, gezogen. Fünf normale Werwölfe, fünf Epic Werwölfe in Rainbow, mein ich. Das ist so schlimm. Passiert. Oh mein Gott, ich hab zweimal eine 88% Chance hintereinander gefehlt. Wild. So, Roblox, dann geb ich dir jetzt deine Pets. Jetzt kriegst du deine ganzen Pets. So, lass mal nachschauen, was hast du denn bekommen. Du hast erstmal diesen Ghoul Horse bekommen. Royalty. Und dann erstmal diese gesamte Reaper. Ja, weil auch so gut ist mit 6 Milliarden. Hm. So viele Reaper. Ja, so viele. Naja, so viele. Danke für die 1,87 Gems aber. Naja, kein Problem, bro. Ehrenhaft. Ich glaube, es ist ein ziemlich guter Trade tatsächlich für diese Pets. Ich glaub, das ist ein Win für mich. Fast schon. Ich glaub, ich hab die grad ein bisschen abgezogen. Nein. Nee, nicht nur fast schon. Ist ein Win für mich. Wie konntest du nur? Tut mir leid, ich musste, Roblox. Das war's aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.